Hallo liebe Stillhalter, im heutigen Video möchte ich mit euch einmal besprechen, wie ihr eure Einstellungen in der Trader Workstation sichern könnt, beziehungsweise diese dann auch relativ simpel auf andere Trader Workstations übertragen könnt. Und nochmal eingangs das Problem, ihr kennt es vielleicht, ihr habt eure TWS schön eingestellt, ihr habt euch verschiedene Seiten eingerichtet, ihr habt euch verschiedene Spalten eingerichtet, wir haben dazu auch eine ganze Menge Videos schon mal gemacht, ich verlinke euch dazu auch etwas darunter. Und dann habt ihr vielleicht eine Trader Workstation von einem Freund oder Bekannten oder eine zweite von euch und möchtet diese Einstellungen übertragen, weil ihr es nicht einfach komplett neu einstellen möchtet. Und dafür gibt es einen relativ einfachen Trick, den ich euch im heutigen Video zeigen möchte. Jetzt erstmal unabhängig davon, wenn ihr jetzt die Einstellungen an eine andere TWS übertragen möchtet, möchtet ihr vielleicht erstmal eure eigenen sichern und schützen, sodass ihr das nicht jedes Mal neu machen müsst. Ein Trick dafür ist, dass ihr bei der Anmeldemaske der Trader Workstation hier auf weitere Optionen klickt und euch dann hier unten dieses Häkchen Einstellungen auf dem Server verwenden, speichern anwählt. Damit stellt ihr dann schon mal sicher, ihr loggt euch zum Beispiel an eurem Desktop-PC ein und loggt euch später dann auf eurem Laptop ein, dass ihr hier die gleichen Einstellungen habt. Also das kann ich schon mal empfehlen, dass man auf jeden Fall dieses Häkchen hier bei der Anmeldung direkt einmal setzt. So, jetzt habe ich aber die Einstellungen mir hier eingestellt. Ihr seht es jetzt hier, ich habe jetzt hier verschiedene Seiten und ich habe mir jetzt auf diesen Seiten hier die verschiedenen Spalten so eingerichtet, wie ich es eben für meinen täglichen Handel brauche und möchte das jetzt übertragen. Das geht relativ einfach, indem ich dann hier auf Datei und dann auf Layout Settings und dann Einstellungen speichern als und das dann hier irgendwo abspeichern. Sprich, ich kann jetzt hier zum Beispiel auf den Desktop gehen, nenne das jetzt hier TWS Settings Max und speichere das ab. Und damit habe ich zwei Sachen gemacht. Erstens habe ich überhaupt mal die Sachen gespeichert. Ich kann damit auch eine eigene Sicherheitskopie machen. Ich mache das persönlich ehrlicherweise nicht. Ich kenne Kollegen, die machen das, dass die einmal im Monat sich eine Sicherheitskopie anlegen. Ehrlicherweise mit der Synchronisierung über den Server funktioniert das für mich ausreichend gut. Und im Zweifel, ich habe die TWS jetzt auch nicht zu kompliziert eingestellt. Ich habe das auch innerhalb von zehn Minuten wiederhergestellt, aber war eigentlich auch noch nie notwendig. Aber jetzt speichern wir das jetzt hier ab. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich das wieder rein? Und das ist ein bisschen komisch dargestellt in der TWS, aber ich zeige es euch. Und zwar müsst ihr einfach jetzt hier bei Layout Settings Layout Einstellungen wiederherstellen. Dieses Wort wiederherstellen ist da manchmal vielleicht etwas irreführend. Und jetzt seht ihr hier, okay, diese automatischen, die er jetzt hier erstellt hat, die sind jetzt für mich nicht relevant. Deswegen gehe ich jetzt hier auf Benutzer definiert, wähle auf OK und dann gehe ich jetzt hier auf meinen Desktop und habe jetzt hier die TWS Settings Max, die ich jetzt dann hier reinladen kann. Jetzt gibt es hier noch so eine Warnmeldung, die ignoriere ich aber einfach. Ich wähle jetzt einfach hier Öffnen ohne Problem zu melden. Und dann startet die Trader Workstation sich neu mit meinem Layout, das ich ja gerade eben eins zu eins gespiegelt habe. So, und jetzt ist das Ganze wieder da und jetzt könnte ich dann eben auch diesen einfachen Trick nutzen, um das Layout für zum Beispiel ein Konto von Partner, Freund etc. genauso einzurichten, wie ich das habe. So, ich möchte das Video gar nicht länger machen. Ihr habt gesehen, der Trick ist relativ einfach. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch noch einen ähnlichen Trick habt. Ansonsten freue ich mich mit euch auf das nächste Video und bis bald. So, ich möchte das Video und bis bald.